Heute sprechen wir über WANN. Was bedeutet WANN? Auf Englisch WANN bedeutet WHEN. Wie benutzen wir WANN? Wenn wir über die Zeit sprechen oder fragen, zum Beispiel hier, wann ist er oder sie geboren? Was bedeutet geboren? Geboren bedeutet WONN auf Englisch. WANN ist er oder sie geboren? Und die Antwort ist, er ist im UND das Jahr. Wir werden das Jahr schreiben und wir sagen, er ist 1759 geboren. Okay, und WANN ist er oder sie gestorben? Was bedeutet gestorben? Gestorben bedeutet auf Englisch WANN. Und wir antworten, er oder sie ist 2003 gestorben. Okay, hier wir benutzen das Jahr oder das Datum ohne in. Wir sagen kein in. Okay, zum Beispiel hier auch, wann bist du geboren? WANN bist du geboren? Und wir antworten, ich bin 1992 geboren. Wir benutzen hier kein in. Zum Beispiel hier, die Jahreszeile, die Jahreszeile, die Jahreszeile, kein in. Zum Beispiel, er ist und ohne in. Er ist und wir sagen das Jahr. Er ist 19055 geboren. Wir benutzen hier kein in. Ohne in. Wir sagen das Jahr ohne in.